Gibt es einen Autor, den du am liebsten liest und einen, den du nie im Leben lesen würdest? Nein, kann ich so nicht sagen. Ich habe an vielen Autoren Spaß, wobei Murakami, Haruki Murakami, da glaube ich ein bisschen raussticht. Den habe ich bisher am liebsten gelesen, aber ich liebe auch die Stephen King Bücher, ich liebe auch Volker Kutscher. Aber es gibt da keinen Lieblingsautoren und mir fällt jetzt auch außer meinem Kampf nichts ein, was ich nicht vorlesen würde. Und jetzt mal ganz ehrlich, hörst du selber Hörbücher? Ich höre selbst überhaupt keine Hörbücher. Ich lese leidenschaftlich gerne schon immer, komme allerdings kaum dazu. Denn ich muss schon sagen, nach dem Tag Hörbuch lesen, nach sechs Stunden sitzen und einen Roman bearbeitet haben, habe ich abends eigentlich keine Lust, selber noch zu lesen. Und tue das trotzdem manchmal, auch um einschlafen zu können. Aber ich lese viel zu wenig, aber ich bin auch nicht, ich höre weder meine eigenen Bücher, noch die von Kollegen, weil das ist mir dann zu viel Arbeit. Ich höre dann immer auch, was die falsch oder richtig machen und was ich falsch oder richtig mache. Und man ist so voller Kritik und hört halt immer die Arbeit dahinter. Ich sehe immer das Studio und kann nicht wirklich mich auf die Geschichte einlassen. Deswegen lese ich lieber selbst eigentlich. Fühlst du dich manchmal satt gelesen bei der großen Menge an Hörbüchern? Ja, ich hatte letztes Jahr eine Phase, wo ich sehr satt war. Ich mache das jetzt auch seit, ich glaube, 15 Jahren. Und es gibt so Jahre, wo ich eigentlich am Freitag mit einem Roman aufhöre und am Montag mit dem nächsten anfange. Ich habe gemerkt, dass mir das nicht mehr so leicht fällt wie noch vor ein paar Jahren. Ich brauche Zwischenräume, um mich von einer Sache dann wieder auf die andere zu konzentrieren zu können. Und insofern wird in Zukunft das bei mir so aussehen, dass auch zwischen den Hörbüchern einfach größere Pausen sind, wo ich wieder mal synchronisieren gehe oder ein Hörspiel mache oder was auch immer oder nichts. Aber dieses Akkordmäßige, hier im Roman noch sofort der nächste, immer eins nach dem anderen, das tut mir nicht mehr gut, das werde ich in Zukunft ein bisschen anders machen müssen. Warum müssen Szenen abseits von Versprechern manchmal wiederholt werden? Ja, manchmal merkt man ja am Ende einer Szene, also man selber oder ein Regisseur oder irgendjemand, der drauf guckt, dass es eben noch nicht das ist, was man erreichen wollte. Oder man hat ja vorher eine Vorstellung davon, wie soll eine Szene aussehen, welcher Bogen soll gespannt werden, wo landen wir am Ende. Und manchmal gelingt das eben nicht sofort. Das wäre auch in unserem Beruf komisch, wenn alles immer gleich gelingen würde. Man braucht ja auch einen Arbeitsprozess, um irgendwo hinzukommen. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn es heißt, ach komm, wir machen einfach noch eine oder so, um noch vielleicht eine Nuance zu erwischen, die uns entgangen ist oder die wir noch einbauen könnten. Also das ist der ganz normale Arbeitsprozess, etwas sofort zu nehmen. Beim ersten Mal erscheint mir immer ein bisschen, schludrig wäre jetzt ein fieses Wort, aber so ein bisschen ist schon besser zu arbeiten an Sachen. Wie bereitest du dich auf eine Hörbuchaufnahme vor? Und wie merkst du dir die Figuren und ihre Stimmen? Ich habe das gerade mit meinem Tonmeister, mit dem ich arbeite, hat man ja oft, dass am Anfang des Buches kommt jemand vor, der am Ende nochmal vorkommt, dazwischen aber nicht. Und dann kann man da hinspulen und sich anhören, wie hat der geredet. Aber ich merke mir sowas eigentlich immer wie ein Bild. Also ich lese eine Figur vor und dann hat die in meinem Kopf ein bestimmtes Aussehen. Also wie so ein Foto wird da abgespeichert und ich kann das später sozusagen wieder abrufen. So, ah, das war der mit den schwarzen Haaren oder was auch immer ich mir da vorgestellt habe. Und dann kann ich relativ schnell wieder abrufen, wie der gesprochen hat, weil der Körper ja auch das ausmacht. Und vorbereiten tue ich mich auf Hörbuchlesen sehr unterschiedlich. Das hängt echt vom Buch ab. Manchmal lese ich vorher sehr genau, um einfach genau zu wissen, wo es hingeht. Und dann gibt es wieder Bücher, die lese ich kaum vorher oder überfliege sie nur, um mich auch überraschen zu lassen. Und weil ich auch weiß, die Story ist nicht so kompliziert und so schwierig, dass mir da irgendwas passieren könnte. Dann ist es eigentlich ganz schön, beim Lesen selber noch die Geschichte zu erfahren. Das hat, glaube ich, manchmal für den Zuhörer noch den Effekt, dass auch der Sprecher sozusagen nicht nur etwas wiedergibt, was er schon gelernt hat oder weiß, sondern auch überrascht wird von bestimmten Wendungen oder Twists. Und das kann ganz hilfreich sein. Aber es gibt natürlich Texte und anspruchsvolle Texte, die muss man vorher durcharbeiten. Sonst braucht man einfach ewig im Studium, um irgendwann mal fertig zu werden. Und dann ist es, das muss man einfach machen, wo es möglich ist. Und dann gibt es auch schon mal ein paar K Destorungen. Ja, bei einer von deren Mannschaft Teleformouse. Also, wenn du noch mal fertig zum Beispiel? Und dann gibt es auch schon mal einen Kost. Und dann gibt es auch schon mal.